Rekordhitze steht uns am Wochenende bevor und zuvor wird es jetzt aber am Freitag noch zumindest für die meisten von uns recht angenehmes Sommerwetter geben. Aber die Sahara-Luft, die klopft schon an. Auch Sahara-Staub gibt es im Westen von Deutschland schon zumindest in geringer Dosierung. Am Freitag haben wir hohen Luftdruck über uns, also für die meisten freundliches Wetter. Und dieses Tief vor Spanien und Portugal, das zapft eben die Sahara-Luft an und die schafft es über Frankreich dann eben auch so langsam zu uns. Es schwappt am Wochenende dann über ganz Deutschland, da wird es also deutlich heißer. Und wir starten am Freitagvormittag auch mit ein paar Wolken, besonders im Westen und auch im Süden. Im Osten starten wir dagegen mit strahlendem Sonnenschein. Es ist doch erst einmal verbreitet trocken, nur hier in Schleswig-Holstein und an der Nordsee. Da kann es dann später am Nachmittag mal ein paar wenige Tropfen geben. Die Wolken sind besonders dicht, da ist nicht mehr viel Sonnenschein dabei. Im Westen und im Süden ist es dagegen deutlich freundlicher. Da kommen wir sogar auf bis zu 15 Stunden Sonnenschein. An Ost- und Nordseeküste mit zwei bis vier Sonnenstunden doch deutlich weniger. Hier auch nicht sommerliche Temperaturen, da bleiben wir unter der Sommermarke von 25 Grad. Sonst eben für die meisten noch recht angenehmes Sommerwetter mit 25 bis 28 Grad. Nur eben entlang des Rheins und an der Mosel, da kommen wir ordentlich ins Schwitzen mit 30 bis 32 Grad am Nachmittag. Aber auch in diesen Regionen kann man sich dann auf den Abend freuen, da gehen die Temperaturen zurück. Und es gibt weiterhin jede Menge Sonnenschein, besonders im Westen und im Süden. Die dichteren Wolken hier im Nordosten, die verziehen sich allmählich. Regen ist dann auch nicht mehr dabei. Und wie schon angesprochen, wir haben eben angenehme Abendtemperaturen, meist so zwischen 20 und 25 Grad. Und auch im Westen kann man es bei 26 oder 27 Grad lange angenehm draußen aushalten. Also einem Grillabend zum Start ins Wochenende steht nichts bevor. Am Samstag wird es dann nämlich ungemütlich heiß mit bis zu 38 Grad im Südwesten. Jede Menge Sonnenschein, nur an den Küsten ist es angenehmer. Jede Menge Sonnenschein, nur an den Küsten ist es angenehmer.